und ich bin gerade vorbeigelaufen auf zu klicken hey hör doch auf sind los jetzt haben die zuschauer nicht so schnell lesen können ich habe das immer so gemütlich geklickt okay alle felder geben jetzt das doppelte rot minus sechs blau plus sechs und 20 im ziel natürlich bitte davor du musst dir nur beim mini spiel die münste abziehen ich muss das mini spiel gewinnen oder eine münze verdienen aber ich glaube ich gewinne ich das nächste mini spiel ich glaube das gewinne ich nicht deswegen will ich an deiner stelle auch schon lang gehen jedoch schon lang das wird zu heilig von mir also nicht pilz durcheinander will ich boxen auf dem wahnsinn was das denn jetzt noch mal sie einfach nur schnell das rumschlagen die dinge kaputt machen und münzen kommen daraus glaube ich hoffentlich ich brauche nur eine münze wir haben uns gegenseitig war umgenutelte ich auch wenn wenn ich eine bekommen habe vor würde ich mich freuen ich weiß auch nicht warum ich so viele bekommen habe ja weil du die komischen uhren eingesammelt hast oder das ist die geldzecke guck dir mal die münzen von dünken mit dann guck dir deine an trotzdem das kommt das ich weiß ich glaube das kostet mir erst mal gleich schön ein stern ich liebe dich so nach schicksal 100 sterne ja bowser für münzen am arsch hat der bose für münzen der bose umbruch auf einländer gesetzt also alle haben technischen münzen und zwei video münzen für manche ist gut für manche schlecht ja ja schon ich habe uns gefreut der jungen ist noch mal dran kommt aber auch leider sechs abgezogen mit joshim team wenn das gepasst nämlich die beiden noch die vier letzten sterne abziehen ja könnte ich sogar machen erst mal eine runde nach unten gehen wie würdest du dich eigentlich jetzt auf dem letzten machen weil ich sondern stern abziehen könnte mich würde es freuen dich jetzt nicht so aber bombsketball weil das mit der bombe ist jetzt habe ich habe das nicht lesen ja springen werfen stand ja was ist werfen b ah dddddddddddddd bado ba du arsch Lach ruhig weiter, der Letzte. Am Ende lacht die Ente. Am Ende markt die Ente. Mein Ende markiert, dass ich 53 Münzen habe und ich nur noch Schwachsinn damit anstellen kann. Wen reiß ich in den Ruin in den letzten Runden? Mich? Das war jetzt schon. Ich hab mich nur verklickt. Erst die ganze Zeit von Labern, dass wir zusammenarbeiten und mit einmal noch nicht mehr. Ich werd ihm jetzt den Ruin... Ja, mich? Ausnahmsweise nicht. Ich hole dich auf jetzt zweiten Platz. Hallo, wir sind Brüder, wir sind Computer-Brüder. Wenn wir Computer spielen, dass die Münzen ja nicht mit eingezahlt werden. Und ich glaub wir... ich weiß das gar nicht. Müssen wir eine Kasse kaufen erst? Weiß ich nicht. Auf das Feld wollte ich nämlich nicht mehr kommen. Wo ich dann so drei, vier Sterne abgebe oder tausche die Sterne. Ja. Ich glaub das gibt es sogar auch. Ja, gibt es auch. Yoshi, wo möchtest du lang? Erkläre es mir. Warum willst du da nochmal lang? Ich weiß es nicht. Du musst eh nicht mehr hin. Nein. Du musst jetzt auf das Pilzfeld kommen und Zehn würfeln. Dann wird er hin kommen. Guck mal, ich krieg noch mal Geld. Ja, und jetzt dann immer Brut. Ja, 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 na, 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 na. Na, 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 ja, na, na, na. Na, 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 na. Nein, das gibt's nicht. Nein. Dann schaffst du es nicht. Das ist total fies, aber lange gehalten. Ja, war bei mir auch schon, aber dann, wo ich was anderes probiert habe, da war ich schneller weg. Was anderes kommentiert oder was? Nein, zur Seite gedrückt dabei irgendwie, aber das ging ja auch nicht. Das ist nicht die Kraft, die du einsetzt, auch bei den anderen reinkommt. Ja. Du hältst ja das eigentlich, die Computer machen da ja gar nichts. Nein, das sind zwei Runden. Ey, das ist doch total Schwachsinn, jetzt würde ich noch Münzen reinholen. Ein Stern kommt, ich. Die Computer, die Zahlen, die Münzen nicht mit ein. Nein, ich weiß, das ist total blöd eigentlich. Aber ich glaube, das wurde später mit eingeführt. Was ist das gar nicht? Wir haben es genommen. Keine Eins, Dankeschön. Ja, tut mir leider leid. Ja, Todd, muss ich leider ablehnen. Ich lasse den Zentrum mal da, ne, Todd. Ich komme doch eh nicht dahin mehr. Ne, ich schaffe es aber nicht. Oh. Den könnte ich eigentlich umkreislaufen und Münzen zusammen. Ne, du kannst da oben hin schaffen, dir einen Sternzuglaub von Yoshi. Das schaffst du. Das würdest du vielleicht noch schaffen, wenn du eine Zehn würfelst, eine Acht oder so. Ne, glaube ich eher nicht. Ah, jetzt musst du es riskieren, Zentrus. Jetzt musst du es riskieren. Jetzt ist es egal. Ne, jetzt muss ich nochmal zur Seite gehen, weil sonst dann nicht wieder oben. Ja, ja, aber egal, einfach riskieren. Versuch, versuch, mach klug. 88. Mit 88 Jahren. Oh nein. Wenn ich mit dir die Sterne tausche, ne, hasse ich dich. Ja. Hatten wir dieses Spiel nicht noch, oder? Ich glaube, ja. Ich mache das nur durch Zufall. Ich weiß auch nicht warum. Hier nur noch meinen letzten zehn Münzen-Tricksack. Frag mich nicht, wieso. Außer bespringe ich auch einfach nur, ohne richtig abzuwarten. Ja, ja, ja. Hast doch gemerkt. Chaos-Bowling. Von Donkey Kong weg, weil sonst mitte der uns bei den da. Mir ist das eh egal. Du kannst ja eigentlich bei Donkey Kong stehen bleiben. Kann einfach bei dir stehen bleiben. Das ist die Rache jetzt. Hallo. Wir brauchen die Münzen zum Eins-Zahlen. Flash, hör auf mir, der Scheiße. Bleib jetzt alle hier stehen. Komm, wir lassen uns alle umliegen. Komm, alle in die Mitte. Du kleiner... Du bist so behindert. Wir brauchen die Münzen zum... Kauf mal. Egal, wir haben doch genug unten hier. Siehst du? Das ist doch fünf Münster. Wir brauchen das, wie es bei Ihnen kamen. Und das ist das ein because...